Das Wasser ist über die Mauer gekommen. Ich habe noch nichts Vergleichbares in den vergangenen 20 Jahren, in denen ich hier lebe, mitgekriegt. Wenn woanders wie in Görlitz Leute mit dem Boot rausgeholt werden aus dem Haus, dann denke ich mal, es ist nicht angemessen, hier eine Veranstaltung durchzuführen und die Welt ist in Ordnung. Der Goldbach. Und dann lief er über, dann lief es in sein Haus rein und nun sind drei Räume nicht mehr bewohnbar. Ich habe kein Lager mehr, ich habe keine Waren mehr, ich habe keinen Saal mehr. Mein Büro ist weggeschwommen, meine Wohnung ist weggeschwommen. Ich habe also gar nichts mehr. Wir waren in der Altstadt gewesen und wir tun den Leuten leid, die gerade so die Häuser saniert haben. Und jetzt das Wasser aus den Häusern strömt. Also es tut weh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020